es geht voll die Opferung los ich kann mich gucken ach ja, Tastgleist wo bin ich, da nicht cool, ich wurde gefangen genommen was zum Tafel, verdammt, meine Hände sind gefesselt oh, Seidbehalter das Seil ist verflucht, Stern schau nicht raus nein, lass mich rein als ob die Uga-Uga-Menschen unsere Sprache sprechen wo ist sie denn? da kommt sie oh, sie ist ins Nachthem, sie ist ins Nachthem gekommen die Uga-Uga-Menschen haben sie aber schon, ja, muss so jetzt kommt der gleich Kinko ja, was ist das, der ja, was ist das, der ist das, der das ist das, der ist das, der ist das, der jetzt geht's los ja, äh, großer Mienze Katzenaffe Ah, der ist cool gemacht, einer. Hilfe! Jack! Jetzt schreit er. Ist denn die Verzögerung, seine Gedanken? Karl! Gott sei Dank, du bist Ihnen gekommen. Lass mich mal deine Fessel sehen. Mein Gott, hast du das gesehen? Sie haben den Namen gesungen. Karl! Karl! Ich weiß, ich habe ihn gesehen. Karl! Er hat einen! Was? Hey, ich weiß. Das war das Unglaublichste, das ich je gesehen habe. Er ist gewaltig. Nicht nur das. Wie lange. Ich bin gerade hinter dir, Karl. So, er wurde erinnert als von King Kong gekidnappt. Gegen immer wieder ein Mensch. Oh, jetzt ist er noch geschossen. Er ist ein Crank. Dieser Crank. Ja, er wurde es gerade angeschlossen vom Pfeilen. Hallo? Das ist doch fantastisch. Ich habe keine Ahnung, wo Hayes ist. Wir wurden getrennt. Ich hoffe nur, dass er noch lebt. Mir ist das dann scheißegal. Unglaublich. Absolut ungelablich. Im Endeffekt muss ich sowieso wieder alles alleine machen. Da drüben! Ich gehe mal da lang. Ja, ja. East Coast. Ja, warte jetzt, habe ich selber dran schuldet. Ja, ich habe. Ja, I know, I know, I know. Ja! Super, so ist es jetzt kommt. Dann halt nochmal. Ja, okay. Ein richtiger Dschungel ist es ja jetzt nicht, aber. Ach, da ist es doch. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen, Mensch. Klug, beim zweiten Mal sieht man immer mehr als beim ersten Mal. Oh, das war cool, ja. Ach so, hier muss ja irgendwo so ein Teil liegen. Wir müssen durch die Tür, es geht kein Alar, Dschungel. Verdrücken, tanzig was bei dir! In Deckung. Ja. 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 Ich bitte euch, was das für ein Scheiß, Alter. Keine Chance, so man da. Man kann nicht machen, wie soll man da. Nee, dann ehrlich jetzt. Oh, das ist verbrannt. Ja, das war doch mal einfach so. Ja! Ja! Oh, Alter, ist das Potsen. Das ist krank. Aber Krümmusik! Ja! Ich bin ein Schieder hier, Alter. Ja! Ja! Genau! Ein Spiel, in dem es dir selber gibt. Das Spiel kann nur gut sein. Ja! Boah! Ja! Ja! Find mir diesen Hebel, bekommen wir die Tür voll und finden endlich diesen Affen! Ich weiß! Jetzt haben wir auch diesen Hebel. Und dann tun wir den da rein und dann kann man korbeln. Ja! Ich dachte, diese Dinger werden ausgeschrieben. Naja, jetzt schon falsch gedacht, ne? Haha! Die Seele gab's dir auch im Film, bloß da war es ein bisschen anders. Jack, warte mal einen Moment. Gut, ich könnte selbst eine Pause vertragen. Nein! Ich muss die Filmrolle wechseln! Ach Karl, was machst du nur? Was machst du nur?